Ich grüße euch. Ich habe euch eine Partie mitgebracht von mir selber in dem Fall. Ich möchte euch auch mal meine eigene Praxis zeigen, dass ihr seht, das, was ich hier so sage und zeige, auch selber spiele. Und heute soll es mal um folgende Variante gehen, dass ich mit Schwarz hier diese Peerz-Verteidigung spiele und nach Springer F6, Springer C3 mit E7, E5 in die Philidor-Verteidigung übergehe. Und ja, damit biete ich sozusagen, hier gibt es natürlich Theorie ohne Ende, dass er das weiß, wie er mit Springer F3 spielen kann oder Springer E2 oder D5. Er kann natürlich hier spielen, was er will. So richtig auf Vorteil spielt man wahrscheinlich mit Springer F3. Okay, ich lade aber auch hier den Gegner jetzt dazu ein, hier auf E5 zu tauschen und die Dame zu tauschen, um mir das Hochraderecht kaputt zu machen. Und ich hatte da mal eine Playlist zu vorbereitet, nämlich viele verschiedene, ich glaube, drei oder vier verschiedene Eröffnungen, in denen ja ganz früh die Dame getauscht werden. Ein Mädelspiel mit frühem Damentausch, glaube ich, habe ich das genannt. Und da war natürlich auch diese Eröffnung dabei. Da habe ich schon mal so ein, zwei Ideen gezeigt. Jetzt möchte ich einfach mal eine praktische Beispielpartie zeigen, um euch vielleicht auch mal die Angst zu nehmen, dass der König hier vielleicht schlecht oder stehen könnte. Die Dame ist getauscht. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, sodass im Regelfall, also ich spiele es hunderte Male, matt gesetzt worden oder auch nur in die Gefahr geraten, bin ich also quasi nie. So schlecht steht der König hier nicht, denn er hat immer noch die Option, entweder über C6 nach C7 zu gehen oder später nach Läufer D6 nach E7. Aber wir gucken uns das mal an. Und weiß spielt mit Läufer C4 einen der Hauptzüge in dieser Stellung. Eine Figur entwickeln und den F7 angreifen. So, jetzt kann Schwarz den Zug machen, den ich in der Partie gemacht habe, nämlich Läufer E6. Er kann aber auch alternativ versuchen, den Doppelbauen zu verhindern, indem er König E8 spielt. Und dann könnte das Spiel so in etwa von der Tendenz so weitergehen. Beide Seiten entwickeln die Figuren. Und als Beispiel lange oder kurz, auch harte, fast egal. Ich spiele A6, weiß spielt A4. Ich spiele H6, Läufer H4. Und ihr seht, ich habe im Grunde alles gedeckt. Und dadurch, dass der König nicht, ja, hier sind die Linien geschlossen, mehr oder weniger der Läufer D6 blockt die D-Linie, ich brauche ein bisschen, keine Frage, bis ich meine Figuren koordiniert habe. Aber auch hier hat Schwarz im Grunde annähernd Ausgleich. Das könnte man spielen, um diesen potenziellen Doppelbauen zu verhindern. Der entsteht, wenn, wie ich, Läufer E6 spiele. Und ich habe mir beide Sachen angeguckt. Und die Theorie sagt, König E8 ist auch nicht schlecht. Ich komme mit Läufer E6 irgendwie persönlich besser zurecht. Warum auch immer. Und obwohl hier dieser Doppelbauer entsteht. Wir schauen mal. Aber dieser Doppelbauer hat ja durchaus Funktionen. Nämlich wichtige Zentrumskontrolle zu übernehmen. Und ganz besonders das Feld D5 hier, damit dieser Springer von C3 nicht in der Mitte rumhüpfen kann und irgendwie meine Koordination stören kann. So. Springer F3 greift den an. Das ist okay. Und jetzt habe ich die Option, ich kann den decken mit Läufer D6 oder mit dem Springerzug. Ich habe hier Springer C-Dex gespielt. Man kann den Springer auch nach D7 spielen. Damit hat man sich potenziell diesen C-Bauern hier etwas mobil gelassen. Das kommt auch in einigen Varianten vor, dass grundsätzlich ein schwarzer Plan in diesem anstehenden Mittelspiel respektive Richtung Endspiel gleichgehend das Schwarz am Damenflügel so ein bisschen Raum vorteil sich sichern möchte. Und dadurch ist der C-Bauer frei. Okay, das kann man machen. Ich habe mir irgendwie ein bisschen den hier angewöhnt mit Springer C6, weil ich zum einen auch so ein bisschen selber aktiver stehe und den anderen Springer, den kann ich ja im Zweifelsfall auch immer noch nach D7 stellen, um den E5 zu decken oder hier rüber zu kommen oder so. Aber das ist auch relativ Geschmackssache. Nach Läufer G5, A6. A6 spiele ich deswegen, weil ich meinen Läufer nach D6 stellen will. Und damit der entsprechend dann, wenn der auf D6 steht, hier nicht von einem Springerzug hier abgetauscht werden kann. Der schwarzfällige Läufer ist einer der Wichtigeren in diesem System. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, was passiert, wenn Schwarz hier auf F6 nehme. Ob das jetzt hier oder ein zu früher, ein zu später Reihen folgen, ja, unerheblich. Dieser schwarzfällige Läufer, der wird dem Weißen fehlen. Denn mein Läufer kann zum Beispiel nach C5 gehen und den F2 angreifen. Das ist besonders dann nervig, wenn der Weiße langgeruchiert hat. Dann muss er hier irgendwie einen Turm abstellen, um den Bauern zu decken. Das ist natürlich eine fragwürdige Aufgabe für einen Turm. Kann natürlich den Läufer aber auch nach B4 stellen und hier mal Doppelbauern drohen. Und dann haben wir Doppelbauern schon mal kennengelernt. Dieser Doppelbauer oder dieses Konstrukt ist in sich massiv gedeckt, kompakt, deckt viele Zentrumsfelder. Und wenn hier dieser Bauer auf C3 stünde, wäre das doch ein isolierter Doppelbauer, der eher schwach ist. Aber grundsätzlich, ja, ich kann den Läufer einfach auf dem Brett lassen. Und weil der Weiße ja keinen Gegenspieler mehr hat, kann ich damit langfristig auch bis ins Endspielreihen sehr angenehme Stellungen erreichen. Deswegen ist dieser Tausch hier auf F6 eigentlich keine Drohung. Nach dem Schach ziehe ich den Läufer zwischen. So, wir sehen, der Bauer ist gedeckt durch den Springer. Und nach der Rohchade gehe ich nach E7. So, irgendwie gehe ich aus der D-Linie raus. Jetzt habe ich meine Türme verbunden und ja, alles gut. Das heißt, wir haben die Eröffnung mehr oder weniger abgeschlossen, Figuren entwickelt, Türme verbunden und hier sagt der Computer auch, ist ausgeglichen. Ja, 0,1 oder irgendwie sowas zeigt der Hirn. Okay. Ich habe noch nicht gesagt, es war eine Blitzpartie mit 5 Minuten, aber auf jeden Fall mit Aufschlag. Ja, ich weiß gar nicht, 2 Sekunden, 5, 3 Sekunden, 5 Sekunden, sowas in die Richtung spiele ich ja immer. Also man hat schon ein bisschen Zeit. Aber grundsätzlich möchte ich einfach diese Stellung auch mal zeigen, dass man keine Angst vor allen Spielen haben muss. Auch mit diesem Doppelbaum. Man muss überhaupt keine Angst vor dieser Struktur haben. Denn der Weiß hat keinen so richtigen Plan, wo seine Figuren hin, was will er denn von mir angreifen? Und ja, wir sehen mal, wie schnell das in der Partie hier ging, dass das Weiß unter Druck geriet. Normaler Zug. Ich greife den Läufer an mit der Idee, wenn der Läufer hier schlüge, schlage ich mit dem Bauern zurück. Definitiv. Einfach den E-Bauern gedeckt halten, kompakte Zentrumskontrolle und Struktur zu haben. Der Läufer ging zurück. Okay. Und ich hole mir Raum am Damenvögel. Jetzt gehe ich aber nicht zu früh nach B4. Dann kann der Springer vielleicht mal hier über A4 meine Bauern blockieren. Und vielleicht kommt der Läufer irgendwann mal irgendwann wieder auf diese Diagonale, dass sie hier zusammenspielen. Der Läufer hätte ja per se auch eh schon hier nach E3 gehen können. Was ich hier mit diesem Bauernvorstoß mache, ist grundsätzlich, ich drohe eventuell irgendwann mal B4, wenn ich diesen E4 unter Kontrolle habe. Sprich, ich müsste G5 nochmal einschieben. Und dann würde ich das drohen. Aber wenn er den hier einfach deckt, dann ist das keine Drohung mehr. Aber der Turm ist an die Verteidigung des Bauern gebunden. Kurzfristig geht das sicherlich, weil es auch nichts Besseres hat. Aber wir sehen, Schwarz kann mit sehr einfachen Zügen die Initiative aufbauen. Und das gefällt mir so an dieser Struktur. Weiß hat keinen aktiven Plan. Weiß hat keine Schwäche, die er konkret bei mir angreifen kann. Und jetzt kann ich ein bisschen ummanövrieren. Und ja, das mag ich natürlich. Wir sehen auch dieser Läufer auf G3. Der wirkt natürlich hier auf den E5. Aber solange der zuverlässig gedeckt ist, steht er da zusammen mit dem Springer und bewirkt nicht wirklich was. Und dann steht der Läufer doch eher passiv. Zumal ich, wenn ich den E5 nochmal irgendwann unterstützenderweise mit dem König decken würde, könnte ich zum Beispiel eine meiner Figuren wegziehen und irgendeine Aktivität damit entfalten, während sein Läufer hier schlecht und passiv bleibt. Der Angriff gegen den E5 ist mehr Schein als sein. Und ja, wir schauen mal. Der Springer hier hatte irgendwie gefühlt keine so richtige Zukunft. Hat sich gedacht, komm, dann gruppiere ich mich um. Vielleicht kann ich ja hier irgendwie, wie auch immer, mich umgruppieren. Okay, ich mache auch Springer C5. Ihr seht, Weiß geht ein Stück zurück. Ich gehe nach vorne. Einen Schritt in die richtige Richtung. E5 ist und bleibt gelegt. Alles gut. B3, okay. B3. Klares Indiz dafür. Für welchen Plan? Für uns. Da wir sowieso am Damenflügel spielen wollen, ist jetzt natürlich der Zug A5, ja, liegt auf der Hand sozusagen. Denn ich habe den Anrempelungspunkt B3, um damit eine Linie zu öffnen. Meinen Turm hier. Auch das ist wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Deswegen fällt die weiße Stellung nicht sofort auseinander. Aber ihr seht, Schritt für Schritt für Schritt geht es in die richtige Richtung. Weiß holt den Springer wieder zurück. Ich spiele A4. Ja, und jetzt kommt ein relativ lehrreicher Fehler. Und ich hoffe, ihr könnt ihn auch vermeiden, wenn ihr versteht, warum das ein Fehler ist. Denn weiß hat hier jetzt gedacht, komm, ich muss hier irgendwie mal irgendeine Form von Action machen. Und das ist, naja, die Idee mag gut sein, aber die Ausführung so in der Form zumindest nicht. Und zwar wollte er hier C4 spielen, um hier vielleicht B5 mal anzugreifen. Und wenn ich jetzt hier schlüge, dann kommt er mit dem Springer hier hin. Dann hat er den E5 unter Kontrolle. Dann kann er hier auf D6 vielleicht, kann er auf die C-Linie mal irgendwas machen. Klar, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Aber dieser Bauernzug C4 ist streng genommen ein Partieverlustzug. Denn dieser Bauer steht dem weißen Springer gleich im Wege. Das heißt, der Springer kann gleich nicht mehr ziehen. Warum nicht? Weil ich B5, B4 spiele. Natürlich. Ich halte die Stellung geschlossen. Ich bin der Einzige, der hier entscheidet, ob und wann und wie hier eine Linie geöffnet wird. Ich bestimme das Tempo. Ich kann hier vorher noch Stürme verdoppeln, wenn ich das möchte. Die weißen Figuren sind jetzt so ein bisschen an den B3 hier gebunden. Und weiß hat überhaupt keine Form von Aktivität. Das ist super, super unangenehm zu spielen. Wahrscheinlich ist die Stellung hier auch schon verloren wegen dem Zug C4. Aber allgemein, ihr seht, wie schnell das gehen kann, dass man hier mit 0 auf 15 Zügen in eine schlechte Stellung geraten kann. Und weiß deckt den. Okay, ich tausche einmal und jetzt habe ich die A-Linie offen und kann direkt nutzen. Ich greife den B3 an. Ich könnte auch nach A2 gehen, überhaupt keine Frage. Irgendwie aktiv hier spielen und so. Aber ich denke mir, ich greife mal den B3 an. Damit fessere ich ja quasi diese beiden Figuren an die Verteidigung des B3. So, und wenn man überlegt, dass diese beiden Figuren hier auf F3 und E3 hier damit beschäftigt sind, meinen E5 anzugreifen, der ja aber zweimal zuverlässig gedeckt ist von diesen beiden Figuren. Ja, ihr seht, weiß kann gar nichts mehr so richtig ziehen. Und ja, da bleibt nur noch der Turm hier von E1 über. Dann zieht er den hier hin und deckt den. Okay, kann man machen. Aber ich habe ja noch einen zweiten Turm. Habe die Turmlinie jetzt endgültig unter Kontrolle, kann jederzeit überlegen, ob ich mal einen Turm tausche und damit einen Verteidiger hier von dem B3 abtausche. Könnte eine Idee sein. Muss ich halt abwarten, was weiß noch macht. Ja, weiß kann überhaupt nichts machen. Wunderbar. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie spiele ich weiter, wohin gehe ich. Und jetzt denke ich mir, okay, den E5 könnte ich mit meinem König noch einmal unterstützen. Und damit kann ich eine meiner Leichtfiguren, zum Beispiel diesen Springer, von der Verteidigung von E5 entbinden. Und weiß, kommt nicht dazu, irgendwie noch weiter den Druck aufzubauen und den D3 anzugreifen. Gesagt, getan. König geht hier hin. Ja, und jetzt könnte der Springer zum Beispiel mit über A5 oder mal über D4 oder wie auch immer, ja, kann ich mir aussuchen, den Zeitpunkt, aber ich bin flexibel. Weiß greift mein Turm an. Okay, ziehe ich nach A2. Wollte den Turm sowieso tauschen. Er tauscht freiwillig direkt. Okay, ändert nicht viel. Springer FD2. Deckt wieder den B3, weil der auf F3 ja sowieso keine große Aufgabe hatte. Aber wir sehen, der Springer zieht zurück. Und das ist ein Signal dafür. Wie eben auch, weiß zieht zurück. Schwarz zieht nach vorne. Easy going. Ich bin ja zentral gestellt, dem B3 im Auge. Ja, und jetzt wird es langsam schon kritisch. Ja, wenn jetzt noch der Turm dahinter kommt oder wie auch immer, der Bauer mehr oder weniger schon so gut wie weg. Und wir sehen hier immer noch diesen Läufer, ja, diesen traurigen, traurigen Läufer, der überhaupt nichts machen kann. Auch dieser Hebel mit F4 ist ja quasi nicht möglich, weil ich hier beide Bauern auf E5 und G5 habe, um diesen Durchbruch zu verhindern. Er hat überhaupt keine Aktivität. Ja, und dann kann man nur noch Züge machen. Aber, ja, jetzt könnte ich hier schon Turm B2 spielen und diesen Bauern einfach mehr abholen. Das wäre die Idee des Computers gewesen. Nummer 1 ist sicherlich aber auch nicht ganz schlecht. Ja, fesselt diesen hier. Er verlässt die Fesselung. Okay, und ich schlage den auf B3 trotzdem. Denn, ja, wenn der hier so schlägt wie in der Partie, ist der B1 eben entsprechend nicht mehr gedeckt. Ich gewinne den Bauern so oder so. Und was ist jetzt? Nicht nur, dass ich den Springer angreife nach dem Tausch. Ich habe hier auch einen Freibauern. Und dieser Freibau unterstützt, erst mal ist er schon sehr weit. Meine Figuren, sprich mein Läufer und mein Turm unterstützen diesen Bauern schon. Ja, und der Turm, was soll der Armer machen? Der hat einfach einen Läufer weniger, quasi. Ja, und jetzt will er hier vielleicht noch auf die D-Linie irgendwas machen. Was macht man in dem Fall? Man verschließt quasi diese Linie, damit kein Gegenspiel entsteht. Jetzt könnte ich nach D4 gehen, dann wäre weiß aber dran. Wenn ich das mit Tempo machen kann, umso besser. Gehe ich nach G1 Schacht, könig weg. Natürlich kann ich jetzt hier hingehen und den tauschen. Aber warum soll ich denn diese Pumpe auf G3 hier tauschen? Macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich mache einen Abzugsschacht, gehe nach D4. Und jetzt habe ich meinen Läufer da hingezogen mit Tempo. Der Läufer wirkt ja hier mit. Den E5 noch. Jetzt könnte ich sogar noch den König, wenn ich lustig bin und nötig wäre, hier mit einsetzen. Während der schwarze König auch super, der weiße König super passiv steht. Aber es reicht auch einfach, wenn ich hier schon den Bauern jetzt vorziehe. Denn dieser Bauer unterstützt vom Läufer. Auch wenn der Turm jetzt dahinter geht. Aber dann ziehe ich meinen Turm einfach weg. Denn im nächsten ziehe ich durch. Und ja, Partie gewonnen. Ihr seht, ich habe gar nichts so wildes, spektakuläres gemacht. Und trotzdem spielte sich die Stellung relativ, naja, von alleine ist übertrieben. Ein bisschen Erfahrungen sammeln wird man in der Stellung schon müssen. Aber ich habe, obwohl es diesen Darmtausch und das Verlust des Rochaderechts gab, nach elf Zügen hier, eine völlig ausügliche Stellung. Und wer ruhigere Schach mag, ohne wilde Taktiken und ohne sinnlose Opfer des Gegners, die sind hier mehr oder weniger fast nicht möglich. Für den mag diese Stellung vielleicht was sein. Von daher, für die ruhigeren Spieler, für die Puzzyspieler, für die, die gerne Endspiel spielen, mag dieses Endspiel hier was sein. Und ja, ihr könnt euch das gerne nochmal angucken. Gibt sicherlich auch Literatur zu. Ich habe da jetzt gerade nichts zur Hand. Ich gucke aber auch nur einfach im Internet die üblichen Quellen durch und da mal eigene Praxiserfahrungen. Ja, in dem Sinne sind wir für heute schon wieder durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns zur nächsten Partie wieder. In dem Sinne, bis später. Schön, dass du so viel Spaß hattest mit diesem Video. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt bitte nach. Ansonsten habe ich hier zwei Video-Vorschläge, die für dich sehr interessant sein können. Viel Spaß damit. Vielen Dank. viel Spaß. Vielen Dank.